Sicherheit unter dem blauen Schirm. Sie interessieren sich für die Innenausstattung zum Vertriebsbüro der Zukunft? Wir haben hier in München-Giesing in der Warngauer Straße 30 ein Musterbüro. Kommen Sie gerne mit und schauen Sie. Hat Ihnen unsere Ausstattung gefallen? Dann beraten wir Sie gerne persönlich bei uns im Musterbüro. Kommen Sie vorbei und vereinbaren Sie vorweg einen Termin mit uns. Wir freuen uns auf Sie. Weil Beschützen unsere Leidenschaft ist. Seit über 200 Jahren. Versicherungskammer Bayern von König Max erschaffen.